Dreckige Hunde, was ist das? Sie reden sich um. Du dreckiger Hund, ich brauche einen Arzt und meine Leute auch. Ich brauche einen Arzt, du Hund. Fuck you man, den habe ich kaputt geschlagen. Du verdammter Hund, hol mir einen Arzt. Fuck you man. Den habe ich kaputt geschlagen. Den habe ich kaputt geschlagen. Nennen sie mir ihre Finger runter. Fuck you man. Verdammter Bastard. Weil wir im Ghetto leben oder was? Weil wir im Ghetto leben und weil wir schwarz sind. Darum kommt diese Schiene hier. Ihr Hund. Ich glaube ich gehe mal in den Bestatterdienst, das sieht nach Geld aus hier. Wer hat das gesagt? Warte mal, ich sehe jetzt vorne. Warte, 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 bleib stehen. Zu gefährlich. Viel zu gefährlich. Ey. Mann. Sag mal. Sorry, es tut mir leid, ich hatte Kopf. Es tut mir leid, Bro. Wie Kopf? Ja Dirk, ich bin's Wolf. Hör mal, ich bin quer durch die ganze Auto geflogen, Junge. Es tut mir leid. Weiß nicht. Jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's schwierig. Das interessiert jetzt gerade noch nicht. Wir sind, ja. Okay. Wir brauchen jetzt alle Einheiten hier. Wir brauchen jetzt alle Einheiten von der Arm. Ein E-Fartzeug. Öffnen 90. Öffnen 90. Fahr, 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 fahr. Also die picken sich gerade einen nach dem anderen raus. Ja, meine Fresse, das war so klar, wenn ich da so eine Scheiße, ey. Mann. Immer direkt. Also wenn Sie mich verarschen wollen, dann sind Sie bei mir wirklich an der falschen Adresse. Ansonsten bringe ich Sie so lange in der Schwedischen Gardinen, bis Sie gar nicht mehr wissen, wie lange Sie eigentlich da sind. Also sagen Sie mir jetzt gefälligst vor Ihr Scheiß-Personal. Nee, komm. Komm. Och nee. Geht's Ihnen gut? Können Sie mir das mal erklären? Geht's doch bei Sin, ne? Ja, ich bin hier schnell hochgefahren tatsächlich. Ja, steig es jetzt mal aus. Ja, klar. Wir machen das schon aufs. Mitkommen. Also ganz kurz für die Leute. Ja, da kommt das natürlich auch gar keine Frage, ne? Also das waren tatsächlich noch zwei. Ja. Hallo. Hallo, wer war denn hier? Hey, Wright, verpiss dich da von der Karre, du dummer Idiot. Lass die Karre halten. Ach, du machst das auf. Hallo? Jetzt verpiss dich von. Hallo? Sech, du dummer Gott. Verpiss dich jetzt, du dummer Idiot. Das ist dann ziemlich von dem, was der getan hat. Der gehört noch nicht zu uns, ja. Hat der da jetzt einfach Reifen ab Bord? Der wollte hier grad irgendwie abschauen, was ich sehe. Stören Sie mal. Ah! Boah, der der kam aus den tiefsten Innern, ne? Alter, der war mit Gefühlen. Alter, der war mit Gefühlen, Mann. Boah! 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 Okay, gut, wir machen weiter. Jawohl. Aber... Hätten wir das auch geklärt. Also ich muss sagen, ja. Auf jeden Fall können sie stöhnen, ja. So, Moment. Hör mal vor, Ranzi. Ja, Moment. Moment, Aua! Was hat der gemacht? Der hat mich geschlagen. Warte, ja. Hallo! Lass meinen Roller in Ruhe. Hallo! Hallo, das ist mein Roller. Manu! Der hat meinen Roller geklaut. Der ist hier irgendwo. Hallo? Was soll denn das, Mann? Dummkopf. Oh nein. Berger. Mach es. Bis später. Bis dann. Ciao. Ciao. Stirb. 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 Und keiner schaffen wir zu mehr fressen. Keiner. Nimm das. Und das. Und das. Und das. Wieso kann ich dich nicht häuten? Ich werde jetzt deine Frau umbringen. Drei. Keine drei. 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 Durchsuchst du sie oder soll ich sie durchsuchen? Jetzt hat sie nur noch zwei dabei. Ich hab nur noch zwei. Hm? 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 Alter. Soweit mal die Einheit übernehmen, die auch den Ton verfolgt hat und ähm... Ja, warte. Ich werde beschossen! Was? Hat sich fertig zum Depos. Wangenwaffenschüsse. Äh... Hat Redfield gerade gesagt, dass wir natürlich das Schossi? Ja, hat er! Ja, warte kurz! Warte, lass mich aufstehen! Ich muss aufwesste ziehen! Ich muss aufwesste ziehen! Den ganzen Mist muss ich erst mal... Alter, Junge! Hab ich mich erschrocken, ey! Junge, warte, ich seh die nicht in Ordnung immer! Alter! Irgendwann bringt ihr mich noch in Grab, ihr Pfeifenreiniger! Boah! Junge, ey! Kriegst du einen Dreißiger! Ey, pass auf! Nicht, dass du dir... Deinen Rücken brichst oder so! Hast du gerade den Grind gesehen, den ich gemacht habe hier? Ich bin da auf der Kante so weggegrindet! Ja, ja! Ja, ich hab das echt noch drauf von früher, ey! Krass! Hätte ich nicht gedacht! Hast du auch so Tricks drauf oder fährst du eher genug gemütlich? Pass mal! Okay, jetzt bin ich mal gespannt! Was war das denn? Also, das war jetzt nicht getan! Was war das denn?! Was war das denn? Oh! 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 Vielen Dank.